Abenteuer Allrad, der Pressetag mit Hümer und hier steht er, der MLT in der etwas längeren Ausführung. Ich gucke mal gerade, du nickst? Länger? Ja, länger. So, er ist vorne foliert, matt, sieht unglaublich scharf aus. Es ist nämlich die Freistaat-Edition und wieder mal mit mir ist einmal der Bene. Hallo Bene und einmal die Simone. Grüß dich Simone. Hi. Ja, ihr beide seid quasi Anfänger. Einmal bist du Anfänger im Bereich Camping, nee, du campst selber? Richtig, ja, mache ich. Schon lange überall, mal hier, mal da. Man sieht es ja bei dem, da kann man auch mal ein bisschen abwegig fahren, muss nicht zwangsläufig sich auf einen Campingplatz stellen. Also da kann man sich auch mal schön irgendwo an den Strand stellen oder an eine unbefestigte Straße und ja, genau. So, die Simone hat gesagt, ja, so ein Auto würde ich mir sofort kaufen, wenn ich das Geld hätte. Das Geld fließt in Strömen. Du machst gerade eine Model-Karriere mit, ja, sind schon viele Buchungen da, dass du dir den kleinen Kaufpreis von 161.900 Euro leisten kannst. Ja, da muss ich noch zwei Tage arbeiten, aber dann habe ich es. Er heißt Hümer MLT 580 2022, Freistaatedition 4x4. Hat der schon diesen automatischen Allradantrieb? Ja, richtig, genau. Das ist jetzt der erste, den wir hier umgebaut haben. Es ist auch ein bisschen gelogen, was hier drauf steht, muss ich sagen. Ganz ehrlich, es ist kein Modelljahr 2022. Wir filmen hier jetzt tatsächlich die Premiere vom Modelljahr 2023. Eben der neue Allrad, Formatik mit dem neuen 190 PS Vierzylinder-Motor. Wir haben hier, wie du gerade schon schön hingefilmt hast, auch die neue Hanma-Felge von Delta. Ziemlich cool auch mit unserem neuen Design, was dann auch passend zur Folierung des gesamten Fahrzeugs passt. Mit diesem gelb-goldenen Ring haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Genau, und einfach für diejenigen, die sagen, ich möchte auch ein bisschen abwegiger fahren. Ich möchte jetzt nicht nur auf dem Campingplatz unterwegs sein. Simone, du weißt, was der Freistaat ist? Genau das wollte ich gerade fragen tatsächlich. Da hast du meine Gedanken gelesen. Der Freistaat könnte ja ein Freistaat Sachsen sein. Nee, der Freistaat ist das größte Caravan-Handelszentrum in Europas mit mittlerweile 27 Marken. Wir haben immer zwischen 1000 und 1200 Fahrzeuge auf dem Hof. Immer. Caravan immer. Von Caravan bis Reisemobil, kleine Campingbusse, große Liner, alles, was das Herz begehrt, alles, was der Campingkunde wünscht. Alles bei uns auch immer live zum Ansehen. Wir sind an der Autobahn A8 zwischen München und Augsburg. Der Ort heißt Sulzemos. Besteht im Großen und Ganzen zum Großteil eben aus Reisemobilen und Caravans. Und da kann man sich den anschauen. Und wie gesagt, Premiere, Modelljahr 2023. Jetzt bestellen, nächstes Jahr in Urlaub fahren. Darf ich mal wissen, wenn ich den jetzt mieten will, da steht ein kleines Schild, also auch zu vermieten. Was kostet mich das am Tag? Wir vermieten die Fahrzeuge wochenweise. Und da liegt man bei dem Fahrzeug aktuell bei 199 Euro am Tag. Also sprich, da ist man dann bei einer Woche bei 1400 Euro. Da sind dann Kilometer inklusive, Versicherung ist mit dabei. Campingplatz muss man sich halt dann noch aussuchen oder man steht irgendwo frei. Und da habe ich dann auch Strom und Wasser und so alles. Also gut, das Wasser muss ich mehr vom Campingplatz holen, klar. Also man muss dazu sagen, du campst noch gar nicht, du hast noch nie gekämpft. Also nicht jetzt in der Form, nee. Wenn du mal kurz beschreibst, da ist ein Haus auf Rädern. Das heißt, da ist alles drin. Küche, da ist Strom drin. Genau, da ist richtig Strom drin. Also bei dem ist tatsächlich so viel Strom drin, weil du kurz Nein gesagt hast. Doch, bei dem, ich war jetzt selber mit einem unterwegs, vier Tage komplett ohne Strom. Also auch mit Stromumwandler. Also du kannst da drin deine Fünschen-Aid nehmen, die Leute mittlerweile mit. Kaffeemaschinen, Föhn, wie auch immer. Also alle 220 Volt Geräte drin betreiben. Der hat insgesamt drei Batterien. Zwei große Lithium-Batterien, eine normale Aufbaubatterie, noch eine Solaranlage oben drauf. Also mit dem steht man wirklich eine Woche lang. Autark sagt man bei uns in der Branche. Autark bedeutet, also frei, ohne dass ich jetzt irgendwo am Stecker mindestens eine Woche. Eine Woche. Mindestens eine Woche. Und wenn halt die Sonne scheint, länger. Wenn die Sonne scheint, länger. Genau. Warum länger? Länger deswegen, weil wenn die Sonne scheint, die Solaranlage die Batterie noch mehr lädt. Ja, die Solaranlage oben drauf. Also das, was die Leute zu Hause haben. Also du brauchst gar keinen Stromanschluss. Du kannst aber das Ding, warte mal, wir können das ja mal zeigen, der Stromanschluss, wo ist der von dem Auto? Die Batterien oder der Stromanschluss? Außen. Der Stromanschluss ist außen auf der anderen Seite. Komm, wir gehen mal rum. Das ist mal zeigen. Soll ich dir die Batterien noch zeigen? Ja, gerne. Wenn du mir die Batterien mal zeigst. Da sind spezielle Batterien drin. Ja, machen wir jetzt die Batterien noch mehr Strom, oder? Spannend, oder? Ja, total. So, da sind die Batterien. Sag mal, jetzt ist ja die Simone Anfängerin, kriegt jetzt das Auto hier. Ist das unter dreieinhalb Tonnen, darf sie das noch fahren? Nein, der hat 4,1 Tonnen. Den darfst du leider nicht fahren, aber wir haben auch eine eigene Fahrschule. Das heißt, wir bieten auch den LKW-Führerschein an. Den kann man bei uns mit einem Crashkurs innerhalb von einer Woche absolvieren. Kostet komplett dann knapp 2.000 Euro. Und dann darf ich auch mit dem fahren. Aber ihr hättet auch ein Fahrzeug, was man quasi mit einem B-Führerschein fahren kann? Ja, haben wir auch. Und da ist Strom drin, das ist Lithium? Genau, das sind zwei große Lithium-Blöcke mit jeweils 150 Amperestunden. Und noch eine AGM-Batterie mit 95 Amperestunden. Was ist der Unterschied AGM? Der Unterschied, oder dieses komplette System, dieses Hyma Smart Battery System, unterscheidet sich gegenüber anderen Systemen. Hierdurch, die Lithium-Batterien, die grundsätzlich von der Kapazität, von der Leistungsabgabe zwar besser sind, haben eine thermische Problematik. Nämlich, wenn ich im Winter jetzt unterwegs bin, nehmen diese Batterien bei Temperaturen von plus 7 Grad oder weniger keine Energie auf. Beziehungsweise könnten auch beschädigt werden, wenn sie Energie abgeben. Das ist der Grund, warum wir noch eine AGM-Batterie, also im Prinzip eine normale Flüssigbatterie, wie ein Pkw mit eingebaut haben. Wir haben hier einen Thermostat mit drin, einen Temperaturfühler, der automatisch erkennt, wie viel Temperatur habe ich hier drin. Ist es jetzt besser, auf die Batterie zu gehen oder die Batterie anzugreifen? Hat dann auch was mit Langlebigkeit zu tun. Dieses System hat sich mittlerweile seit 5 Jahren, haben wir das jetzt, sehr bewährt, sehr beliebt, wird sehr häufig bestellt und funktioniert auch wirklich problemlos. Hier vorne sieht man Schläuche. Was haben die für eine Funktion, Simone? Ja, das kann uns eher wahrscheinlich besser beantworten. Nein, ich habe dich jetzt mal gefragt. Rate mal. Okay. Welche Schleiche, die? Diese braunen. Ich könnte mir vorstellen... Überleg mal, da sind Luftschläuche, da geht Luft durch. Ja, dann die Belüftung halt von... Also ich denke, da ist dann noch irgendwie eine Anlage drin. Okay, wir wollen ein Spiel ein Ende machen. Klimaanlage ist gut, oder? Klimaanlage, Heizung. Hat ja auch eine Heizung drin. Das heißt, mit dem kann man auch im Winter fahren. Das Ganze hier ist einfach dafür da, wie man hier sieht, ist zwar unten isoliert, aber der ganze Raum ist natürlich auch noch mit beheizt. Dass eben die Batterien, wenn man im Winter losfährt, nicht zu lange eine bestimmte Temperatur haben oder eine bestimmte kalte Temperatur, sondern dass die eben auch mitgeheizt werden. So, wir werden dich noch fit kriegen im Bereich Camping. Da vorne Truma, was könnte das sein? Das ist keine... Ja, das sieht auch noch Klimaanlage aus. Klimaanlage, was ist es? Ist tatsächlich die Dieselheizung, nicht die Klimaanlage. Hat auch was bei uns mit der Autarkie zu tun. Diesel hat den Vorteil, ich bekomme es an jeder Tankstelle gegenüber einer normalen Gasheizung. Bin ich jetzt hier bei dem Fahrzeug nicht angewiesen darauf, dass ich meine Gasflasche ständig gefüllt habe. Ich muss halt schauen, dass mein Dieseltank voll ist, was aber grundsätzlich natürlich einfacher zu händeln ist. Ach so, der zieht sich das aus dem Dieseltank? Ganz genau. Na ja, top bei zwei Euro der... Ja, das stimmt. Aber wenn ich mir jetzt so einen Wagen miete, was muss ich dann wirklich wissen? Also ich muss mich ja nicht genau mit der Technik normalerweise auskennen. Was muss ich aber wissen, was erklärt dir dann, wenn man ein Auto mietet? Wir erklären dir, wie der Kühlschrank funktioniert. Wir erklären dir, wie die Heizung funktioniert. Wir erklären dir, wie der Fernseher funktioniert. Wie die Klimaanlage funktioniert. Komm, komm, wir zeigen das mal. Wir erklären dir alles, was du wissen musst in einem Kurz-Crash-Kurs. Dauert dann ungefähr eine Stunde, die Einweisung. Und wir haben auch eine Telefon-Hotline. Das heißt, wenn man von unterwegs ein Problem hat oder Fragen hat, kann man auch anrufen. Manchmal vergisst man ja was bei einer Einweisung und dann sind wir da auch dafür sehr gerne. Und die Leute... Rat und Tat zur Seite. Und die Leute kriegen das mit in der Stunde? Die Leute kriegen das tatsächlich mit in der Stunde. Wir haben die Erfahrung, dass die Einweisungen, die länger dauern wie eine Stunde, in der Regel dazu führen, dass irgendwann die Aufnahmefähigkeit nicht mehr so da ist. Deswegen macht es relativ wenig Sinn, irgendwas eineinhalb oder zwei Stunden zu erklären. Auch wenn wir das sehr gerne machen. Wir nehmen uns die Zeit. Nur erfahrungsgemäß ist es besser eine Stunde, Crash-Kurs. Overkill. Genau. Ruhig anrufen und dann machen wir das Ganze auch noch telefonisch. Komm, wir zeigen noch ein bisschen was. Denn das Fahrzeug hat nämlich auch ein Klo. Und hat ein Badezimmer. Das sehen wir gleich drinnen. Das ist was Besonderes, was du gerne dann auch leer machen wirst. Das wird uns mal gleich der Benedikt... Was könnte das sagen? Was ist das? Ja, das ist die Toilette. Das ist die Toilette? Ja. Das kennst du schon? Ja, das kenne ich. Woher? Ich war früher immer, also auch mehr oder weniger Camping unterwegs. Und zwar mit meinen Eltern. Wir haben im Pferdesport, im Distanzsport, falls das jemandem was sagt. Also so eine Art Marathon mit Pferd. Und da hat man eben auch immer gecampt. Wir hatten einen Wohnwagen und da hatten wir eben auch so eine Toilette dabei. Das ist jetzt die große Version? Das ist jetzt die mittelgroße Version. Es gibt sie noch eine Nummer größer. Hier haben wir jetzt ein Volumen von 17 Liter. Es gibt noch eine größere, es gibt auch eine kleinere. Hier passen 17 Liter rein. Das langt für eine Woche? Das langt nicht für eine Woche, außer man geht nicht aufs Klo. In der Regel zwei, drei Tage. Je nachdem wie häufig das man benutzt. Und hier, was ist da drin? Ich kann mir zeigen, weil der Simone alles, was drin ist. Ach, Gasflaschen auch noch? Genau. Zum Kochen, oder? Gas brauchen wir ja tatsächlich nur noch zum Kochen. Das bedeutet, ich stelle hier normalerweise in der Praxis eine Flasche rein. Den Rest kann ich dann zweckentfremden. Das heißt, ich kann Keile reinstellen oder vielleicht auch noch irgendwelche anderen Utensilien, einen kleinen Schuhschrank reinmachen. Also ich muss nicht zwangsläufig zwei große Gasflaschen mitnehmen. Man kennt es vielleicht vom Gasgrill zu Hause. Wenn ich eine 11 Kilo Gasflasche habe, der Gasverbrauch hier drin beim Kochen ist ungefähr der gleiche. Dann kann man sich ausrechnen oder vorstellen, wie lange so eine 11 Kilo Flasche hält. Ich glaube, kochen hält die ewig, oder? Bei uns in der Vermietung wusste ich jetzt nicht, dass wir die unter dem Jahr austauschen. Also in der Regel hält sie schon eine Saison. Sehr schön. Da vorne ist ein Staubsauger, oder was ist drin? Das ist ein Abwasserschlauch. Wenn du jetzt mit dem über den Sorgenstation fährst, du hast ja, also das Wasser von der Toilette geht über die Toilette. Wenn du jetzt drin abspülst, oder wenn du dich duscht, dann läuft das Ganze in den Abwassertank. Das darf nicht einfach unten rauslaufen. Und wenn du jetzt über den Sorgenstation fährst, dann hast du zwar unten den Auslass, aber... Wo ist der Auslass? Nicht an dem Kettenplatz. Nein, ich guck mal gerade. Auf der... Versteckt. Entweder hier, oder auf der... Anderen Seite. Anderen Seite. Genau. Auf der anderen Seite. So, das wird aber auch gut erklärt. Das heißt, der Kunde... Siehst du, es wird schon komplizierter? Es ist versteckt. Es ist versteckt. Deswegen muss ich selber gerade schauen. Aber es ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Und da ist es einfach so, wenn man jetzt nicht zwangsläufig über einer Entsorgenstation gut steht, dann kann es jetzt sein, dass das Wasser daneben laufen würde. Und dass das nicht passiert, hat man hier eben diesen Schlauch. Dann kann ich den draufstecken und dann kann ich auch einen halben Meter oder einen Meter neben der Entsorgenstation stehen und es läuft trotzdem richtig in den Kuli rein. So, und das ist das Schlafzimmer von der Simone. Genau. Das ist nämlich so groß, da kann man drin schlafen. Ich glaube auch, ja. Oder für den Begleiter oder die Begleiterin. Oder wenn der Freund oder die Freundin mal nervt. Genau. Nichts gut. Dann kann die da rein. Ach ja. Und da kann man zum Beispiel was reinmachen. Die meisten Leute nehmen tatsächlich ihre E-Bikes mit. Es ist Platz für zwei große E-Bikes, auch von der Höhe. Also wir haben eine lichte Höhe von 1,25 Meter, was für handelsübliche Fahrräder, E-Bikes oder auch für einen kleinen Roller möglich ist. Es passt dann auch rein Tisch, Stühle. Also wir haben zum Beispiel immer dabei unsere zwei E-Bikes. Wir haben einen Tisch dabei, wir haben zwei Stühle dabei, wir haben Gasgrill dabei, Luftmatratze, Kleinigkeiten. Genau. Und dann ist die Heckgarage auch relativ schnell voll. Deswegen ist es auch gut, dass die so groß ist. Und das, was man braucht für eine Reise zu zweit, geht da alles gut. Bier, oder? Bier geht tatsächlich auch rein, ja. Das ist hier ein schönes helles, unser Fernweh-Helles aus der Fernweh-Heimat Sultzimus. Mal schauen, ob da heute Abend noch zwei Kästen drin sind. Es ist auch relativ kalt, wie du gerade feststellst. Ich zeige mal gerade was Schönes. Ihr habt einfach hier durch den Aufbau Schrauben gejagt. Richtig. Ja. Hümer ist einer der wenigen Hersteller, die einen Aufbau haben, der von der Verbindung Steifigkeit von der Haltbarkeit sieht man jetzt hier, was da hinten dran hängt. Also da hängen tatsächlich 80 Kilo dran mit Reserverad-Halter. Würde wahrscheinlich bei so manch anderem Hersteller oder bei manch anderem Aufbau nicht funktionieren. Zumal der noch anfängt, sich zu bewegen ein bisschen. Bewegt sich, wenn man ins Gelände fährt, für was das Fahrzeug ja auch konzipiert ist. Dann wirken da natürlich auch nochmal andere Kräfte drauf. Der Vorteil bei unserem Aufbau ist, wir haben 3,5 cm PU-Schaum. Wir spaxen keine Platten zusammen oder nehmen etwas weniger verwindungssteifes Material, wie jetzt zum Beispiel Styropor, sondern es ist geschlossen, poriger Polyurethanschaum, der nicht nur keine Feuchtigkeit aufnehmen kann, sondern extrem verbindungssteif ist. Sonst hätten wir so ein Fahrzeug auch nicht mit dem Allrad aufgebaut. Man muss ja einfach davon ausgehen, dass wenn ein Fahrzeug so genutzt wird, für was es konzipiert ist, dass es dann auch dementsprechend lange halten muss. Und die Erfahrung, die haben wir, dass das eben bei unseren MLT, wie er hier steht, mittlerweile seit acht Jahren auf dem Markt sehr gut funktioniert. Die haben einen enormen Wertehalt. Das heißt, wenn die Simone jetzt ihr Geld zusammengespart hat. In zwei Tagen. In zwei Tagen, genau nach den Videos. Ich sage immer, es ist keine Immobilie. Also wir werden keine Wertsteigerung erfahren. Man wird aber auch nicht viel Geld daran verlieren. Aber sie werden immer teurer, muss man sagen. Also der MLT habe ich früher vor acht Jahren bekommen, vielleicht für 100.000. Vor acht Jahren, oder? Ungefähr. Und heute liegen wir bei 160, 170. Aber es ist auch mehr Technik drin. Zum Beispiel diese Rückfahrkamera, ist das Serie? Die ist bei uns in unserer Freistaatedition Serie. Genau. Ist im Prinzip alles, was man jetzt hier an dem Wagen sieht, im Modelljahr 2023, Freistaatedition, alles mit drin. Das Einzige, was wir hier leider nicht drin haben, das haben wir vorher vielleicht nicht gefilmt, müssen wir nochmal hinschauen, ist, den Wagen haben wir leider noch nicht mit LED-Lichtern bekommen. Die Fahrzeuge, unser Sondermodell, Freistaatedition, Modelljahr 2023, wird dann ausgeliefert mit LED-Lichttechnik. Wie gesagt, ist bei dem noch nicht mit drin. Und, genau. Sie macht mal kurz die Klappe auf. Mal gespannt. Sie hat eben zugeschaut. Nee, ist schon auf. Nicht drücken, nicht drücken. Nicht drücken? Nee. Achso, Entschuldigung. Sag mal, allein das Aufmachen von der Tür, wenn man das noch nie gemacht hat, ja. Da geht es jedem so. Bitte, bitte was? Das geht hier auch ein bisschen, ähm, Dämpfer. Die Automatik, ja. Da ist ein Stoßdämpfer mit drin. Hat den Hintergrund, wenn ein Windstoß kommt, dass dir die Heckgaragentüre nicht aufreißt und dann vielleicht auch irgendwie ein Scharnier kaputt geht. Deswegen haben wir diesen Stoßdämpfer mit drin. Sehr gut durchdacht. Was du gerade überfilmt hast, und ich möchte, das möchte ich gerne betonen, noch zeigen, betonen. Außen duschen. Wenn es außen mal richtig heiß ist. Es wird in dem Fahrzeug auch heiß. Wenn man sich draußen abduschen möchte, und man steht jetzt da irgendwo am Strand, dann habe ich hier mit kalt warm, mit Mischbatterie auch die Möglichkeit, mich draußen abzuduschen, ohne dass ich drin alles nass mache. Oder für diejenigen, die vielleicht einen Hund dabei haben, oder ihre Sportgeräte, ihre Kites, oder Fahrräder, wie auch immer. Wenn man irgendwo gerade Offroad unterwegs war, kann man die auch ein bisschen abduschen. Ich nehme eine Steckdose mit drin. Da kann man dann zum Beispiel, wie gesagt, die E-Bikes auch wieder laden. Funktioniert dann auch alles in Verbindung mit diesem Stromumwandler, wirklich, wenn man autark steht. Genau. Also hier vorne würde ich mir einen Schminkspiegel hinmachen, damit ich mich rasieren kann draußen. Schminkspiegel oder irgendwelche Haken, wo man irgendwas aufhängt, Jacken. Es gibt Leute, die machen sich da ein Schuhregal hin. Da gibt es verschiedene Systeme. Also das ist dann wirklich individuell gestaltbar. Die Fenster, die drin sind, die sind jetzt aus Kunststoff. Da läuft aber nichts an im Winter, oder? Da läuft nichts an im Winter. Warum nicht? Alles hinterlüftet, doppelt verglast mit Kunststoff. Und der komplette Möbelaufbau oder Innenausbau ist bei uns immer jedes Möbelstück so hinterlüftet, beziehungsweise mit Filz verkleidet, dass die Luft auch zirkulieren kann. Das ist immer sehr wichtig zu erwähnen, weil die Fahrzeuge ja zum Großteil von den Kunden nicht nur im Sommer benutzt werden, sondern eben auch dann, wenn es thermische Unterschiede gibt. Innen sehr warm durch die Heizung, außen kalt, ist automatisch Schwitzwasserbildung. Und hier habe ich halt den Vorteil durch diese Hinterlüftung und durch diese Luftzirkulation auch in der Heckgarage, dass eben hier nichts passieren kann. So, jetzt gehen wir mal rein. Aber vorher zeige ich dir mal, guck mal hier vorne, wenn du am Platz bist, gibt es ja ein bisschen was reinzufüllen. Schätze mal hier auf der rechten Seite, das ist ein Blitz. Strom. Strom. Und Wasser. Strom. Und Wasser. Das sind die zwei Sachen. Der hat einen Tank. Frischwassertank hat 130 Liter Volumen. Also es reicht dann auch, dass man wirklich ein paar Tage stehen kann, dass man sich da drin auch ein paar Mal duschen kann, Toilette benutzen, wie gesagt, Waschbecken. Schönes Fahrzeug. Du bist ja beim Freistaat angestellt. Der besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Firmen, muss man sagen. Hümer ist eine eigene Firma. Das Hümer Zentrum Sulzimus ist bei uns eine Firma des Freistaats. Also wir sind eine große Unternehmensgruppe mit in Sulzimus fünf eigenständigen Firmen. Nebeneinander. Ja. Nebeneinander. Das ist das Schöne für unsere Kunden, wenn ich jetzt einen Kunden hier bedienen darf, der jetzt sagt, okay, Allrad ist schön und recht, ist mir aber halt vielleicht einen Tick zu viel oder einen Tick zu groß oder manche sagen vielleicht auch einen Tick zu klein. Der muss jetzt nicht 100 Kilometer weiterfahren, sondern den schicke ich dann einfach zu einem Kollegen nach links oder nach rechts und dann kann er sich dort das passende Fahrzeug anschauen. Also eine Win-Win-Situation für uns als Händler und natürlich auch für die Kunden, die nicht viele Reisen unternehmen müssen, um ihr Traumfahrzeug zu finden. Ab welcher Preisspanne geht es da los? Also wir haben bei uns im Caravan-Bereich, also die Wohnanhänger, da geht es los bei knapp unter 20.000 Euro, die günstigsten. Und enden tut es bei uns, bei den großen Concorde-Morilo-Linern. Da liegen wir dann am Ende des Tages teilweise schon bei der eine-Millionen-Grenze. Komm, wir gehen mal rein. Hier vorne ist so eine Einstiegshilfe. Ich glaube, das ist ganz praktisch bei großen und kleinen Personen, die da sind. Der ist schon ein guter Stück höher, oder? Der ist ein gutes Stück höher. Das Besondere hier bei unserer Freistaat-Edition ist jetzt auch, er hat jetzt nicht nur den normalen Mercedes-Allrad drin, der von Haus aus schon mal höher ist, sondern wir haben in Zusammenarbeit mit der Firma Delta, mit unserem Kooperationspartner, mit dem wir seit vielen Jahren sehr gerne zusammenarbeiten, die qualitativ sehr, sehr extrem gute Arbeit leisten. Die haben uns das Fahrzeug hier auch nochmal zusätzlich um vier Zentimeter höher gelegt. Also der hat jetzt insgesamt gegenüber einem normal Heckgetriebenen Fahrzeug eine Bodenfreiheit von 15 Zentimeter mehr. Wahnsinn, oder? Und es ist Wahnsinn, ja. Vor allem hat man nicht mehr die Problematik auf Fähren, Aufsitzen oder man fährt mal irgendwo einen schlecht befestigten Weg, dass man irgendwo hängen bleibt oder sich einen Ast reinzieht. Man hat wirklich durch die Bodenfreiheit hier keine Einschränkungen. Ich muss keine Sperren manuell bedienen, das macht der alles automatisch? Macht der alles automatisch, da muss man nichts machen und der macht das alles extrem gut. Der wurde auch schon getestet, das ist so. So, erster Eindruck, Simone, wie gefällt dir das Design? Sehr, sehr gut. Sieht sehr hochwertig aus. Warum? Ja, ganz kurz, ich bin 1,65 groß, also da ist auch noch ein bisschen Luft und ja, ist einfach super verarbeitet und sehr clean auch. Also ja, die ganzen Fassaden halt nichts großartig offen. Finde ich gut. So, wenn ihr mal reinkommt, mach mal die Tür zu. Das Coole ist, du machst die Tür zu und auf einmal ist Ruhe. Die Isolierung, Schallisolierung ist schon ganz gut. Und das Interessante ist einfach, merkst du es? Das ist nichts mehr. Genau. Das ist auch der Unterschied von dem Hymeraufbau gegenüber anderen Aufbauten. Es ist tatsächlich so, im ersten Moment, du hast es jetzt angesprochen, man merkt es, wo ich aus eigener Erfahrung sagen muss, wo man es wirklich extrem merkt oder was nervig sein kann, ist, wenn ich jetzt irgendwo stehe und es regnet mal zwei oder drei Tage und es brasselt die ganze Zeit drauf. Es brasselt hier auch drauf, aber man hört es einfach nicht. Das ist dann so der, wesentlich weniger, ja. Ja. Das Interessante, du hast eben gesagt, es ist clean. Wie bist du dazu gekommen, clean? Wenn du dich mal kurz hereinsetzt, sei mal so nett, und mal sagst, wie du das meinst, clean, jetzt die Optik. Das ist schwierig zu beschreiben. Nein, du bist reingekommen, der erste Eindruck zählt da, oder? Ja, clean. Wie soll man das beschreiben? Also, es wirkt aufgeräumt. Es ist nicht so viel Döns. Ja, genau. Es ist wahrscheinlich sehr gut ausgestattet und trotzdem wirkt es eben, Warte, ich gucke mal gerade da rum. Ja. Ist das Leder echt eigentlich hier? Das Leder ist echt, ja. Das Leder ist echt. Eben geschlossen, es ist Ruhe. Und das hast du bei vielen Fahrzeugen nicht in der Klasse. Dafür ist er auch ein bisschen teurer. Dafür ist er auch ein bisschen teurer, dafür ist er aber auch ein bisschen werterhaltender wie andere. Und man hat viel Freude damit. Ich denke an meinem Sitz, natürlich hier das Fahrgestell Mercedes-Benz, viele auch Fiat Ducato, ich fahre an Fiat, bin ganz happy. Aber die Leute erwarten in einer gewissen Klasse natürlich auch, ich sag mal, dass da Mercedes drunter ist. Es gibt ihn auch als Fiat, oder? Es gibt ihn jetzt so tatsächlich nicht, so wie er hier steht als Fiat. Hat hauptsächlich damit was zu tun, dass es bei Fiat eben kein Allrad gibt. Es ist so, wie du sagst, viele Leute erwarten in dieser Preisklasse, dass dann ein Stern drauf ist, dass das alles etwas automotiver ist, dass die ganze, ja, Multimedia-Dinge, Navigation und die ganze Konnektivität, man erwartet schon, dass das funktioniert wie ein PKW, ohne da jetzt sagen zu wollen, dass das andere vielleicht nicht so gut machen können. Es gibt seine Gründe, warum manche Hersteller dann in der Basis einfach etwas günstiger sind. Da zählt dann ein Fiat dazu, da zählt dann ein Citroën dazu. So Fahrzeuge gibt es auch. Die sind deswegen, wie gesagt, nicht qualitativ schlechter, aber sie können weniger, dafür kosten sie auch weniger. So, ich zeige das mal gerade hier vorne. Das ist die Küche. Man kann da richtig drin kochen. Viele gehen aber raus und haben so Kartuschenkocher, habe ich zum Beispiel im Einsatz, draußen, wenn es spritzt und stinkt und ich mache mal einen Fisch, da will ich das nicht hier drin machen. Es würde aber gehen. Das heißt, ich kann also hier zum Beispiel die sogenannten Sättigungsbeilagen, die kann ich hier drinnen kochen, ob das jetzt, ich sage mal, die Kartoffeln sind, das Gemüse kannst du dünsen. Ja. In der Früh ein paar Eier, sich einen Kaffee kochen, kann man alles hier machen. So wie du sagst, da drin jetzt ein Fischbraten oder ein Schnitzel, ja, ist schöner, wenn man es draußen macht. Man kann zwar das Fenster aufmachen, aber so wie du sagst, die meisten nutzen es dann in der Regel eher mit einer Außenküche. So, die Campingerfahrung stellt sich ja dann ein, wenn spätestens das erste Mal der Wassertank leer ist, dass man vielleicht nicht ihn immer laufen lässt. Genau. Oder die Heizung im Winter ausgeht, gerade bei den Fahrzeugen, die eine Gasheizung haben und keine Dieselheizung. Wenn in der Früh um zwei, bei minus 20 Grad die Gasflasche leer wird, dann stellt sich die Erfahrung ein, dass man sich vielleicht überlegt, ob das nächste Mal vielleicht nicht doch eine Dieselheizung die bessere Variante wird. Es sei denn, die ist auch leer, ist aber immer noch so viel Sprit drin, dass ich wegfahren kann. Richtig, genau. Also da ist ein Relais mit drin. Ah, das wollte ich auch gerade fragen, was passiert dann? Dann kann ich ja nicht mal zur Dankstelle. Also, ne, ist dann nicht so. Da ist im Prinzip ein Relais drin, der sackt mir dann rechtzeitig, bevor der Sprit ausgehen sollte, beziehungsweise der saugt sich einfach dann kein Sprit mehr leer, sodass ich auf jeden Fall einen Motor noch starten kann, beziehungsweise das noch knapp über Reserve drin ist. Also ich habe da noch eine Reichweite von über 100 Kilometern, genau. Eigentumswohnungen auf Rädern, das beschreibt es, glaube ich, richtig mit Kühlschrank. Du stehst gerade davor. Genau. Riesen Kühlschrank, wo du dich mal gerade daneben stellst. Das ist nämlich interessant. Er ist erstmalig größer als du. Tatsächlich, ja. Ja, es ist so. Du könntest da jetzt bequem drin Platz nehmen, er geht aber nicht ganz bis auf den Boden, ist aber sehr bedienerfreundlich, weil du kommst halt auf der Höhe gut ran. Auf jeden Fall, ja. Und es ist ein Kompressor-Kühlschrank. Was heißt das? Kompressor? Der Kompressor-Kühlschrank ist gegenüber dem normalen Absorber-Kühlschrank auf Strom gesteuert. Nur auf Strom? Läuft auf Strom, läuft während der Fahrt auf 12 Volt beziehungsweise im Stand dann über 220 Volt oder halt auch über die Aufbaubatterie, je nachdem, ob man aus und angesteckt hat oder nicht. Der Kompressor-Kühlschrank hat einen großen Vorteil bei heißen Temperaturen. Er kann runterkühlen wie ein Kühlschrank zu Hause. Ein Absorber-Kühlschrank schafft immer bloß einen Temperaturunterschied von maximal 20 Grad. Das bedeutet, hat es draußen 30 Grad. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Italien fährst, es hat draußen 30 Grad, dann wird der Kühlschrank da drin irgendwo um die 10 Grad haben. Sprich, das Bier ist irgendwann nicht mehr ganz so kühl, wie man es gerne hätte. Die Butter wird warm. Das sind dann die Nachteile eines Absorber-Kühlschranks beziehungsweise hier der Vorteil des Kompressor-Kühlschranks. So, du hast auch viel Platz für Töpfe und so weiter und du merkst, da ist so viel Platz drin, dass man in die Gefahr läuft, alles mitzunehmen. Ja, das glaube ich auch. Das ist wie bei einem größeren Koffer. Wenn man da noch Platz hat, nimmt man halt unnötig Zeug mit. Du bist jetzt eine Frau, die gerne alles mitnimmt auf alle Eventualitäten. Das heißt, man weiß ja nicht, es könnte ja regnen am Strand, dann nimmt man noch die Winterjacke mit. Machst du? Warum nicht? Ja, kommt drauf an, wo ich hinfahre. Aber ab und zu schon. Du weißt, worauf ich hinaus will, Benedikt. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Genau, wenn du dem gerade mal zumachst, den Kühlschrank, sei mal so nett. Weil ich finde dich süß in dem Kühlschrank, aber wenn du mal gerade zu mir kommst, dann sehe ich dich ein bisschen besser. Ich gehe mal hier. Grenzen, ganz wichtig, muss man sehen. Also jetzt der Führerschein, den sie hätte, darf ja bis dreieinhalb Tonnen fahren. Da soll es vielleicht eine Änderung geben demnächst. Wir hoffen es. Wir hoffen, dass man mit dem B-Führerschein Reisemobile über vier Tonnen fahren darf, ohne extra Führerschein, weil die werden immer schwerer. Viele fahren überladen und das ist so einfach, überladen zu fahren. Es ist so einfach, überladen zu fahren. Also wir sind jetzt hier bei dem Wagen, so wie er da steht, bei einer fahrbereiten Masse mit der Ausstattung von knapp 3.500 Kilo. Ich muss jetzt knapp mit dazu sagen, weil, wie gesagt, die Fahrzeuge, die jetzt dann in Serie kommen, zum Teil noch mit Fernseher ausgestattet sind. Der eine oder andere vielleicht noch irgendwelche Kleinigkeiten mit drin hat, die noch ein paar Kilo hier mehr oder weniger wiegen. Also wir liegen aber bei jetzigem Zustand 3.500 Kilo Masse in fahrbereitem Zustand. Da bist du mit drin. Also da ist eine Person drin mit maximal 75 Kilo. Da sind 20 Liter Wasser drin, da ist ein voller Diesel-Tank drin und da ist eine Gasflasche mit drin. Der hat insgesamt 4,1 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht. Das bedeutet, wir haben eine Restzuladung von 600 Kilo, was in der Regel bei einer Zwei-Personen-Nutzung, wirst du bestätigen, ausreichend ist. Naja, das Problem ist, 600 Kilo, du schleppst alles rein. Meine Erfahrung ist, auch das, machst du einen Tank mal voll, machst dies und das und jenes und dann musst du ja noch darauf achten, vor der Achslast vorne, hinten. Also viele gehen ja hin. Naja, es gibt viel zu beachten. Hier vorne Arbeitsplattenerweiterung, ganz interessant. Ist die eigentlich schwer, wieder runter zu machen? Oder geht das? Die ist nicht schwer runter zu machen. Weil hoch geht ja immer gut. Hoch geht immer gut, genau. Die kann man dann hier unten verriegeln, beziehungsweise wieder entriegeln und dann hat man das normal so als... Sag mal, Angst, die meisten Leute stehen mit so einem Auto ja auch frei, weil der hat ja Allraden mit allem rum und dran. Was ist dein Tipp, wenn du jetzt zum Beispiel frei stehst, alleine, du würdest dich jetzt, was weiß ich, irgendwo in Frankfurt, Westend? Ob ich da mit dem Camper hinfahren würde, weiß ich nicht. Was ist dein Tipp? Also gibt es da so Tipps, weil es gibt ja unglaublich viele YouTuber, die zeigen dir, wo du am besten stehen sollst und so weiter und so fort oder am Anfang vielleicht doch auf dem Stellplatz? Am Anfang vielleicht doch auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz. Ich bin immer der Meinung, dass da, wo viele stehen, wahrscheinlich weniger passiert. Wenn man irgendwo frei steht, alleine, vielleicht an einer unbeleuchteten Autobahnraststätte, wo sonst niemand steht, ist natürlich die Gefahr dessen, dass jemand kommt und von einem was will oder von dem Fahrzeug was will oder was mitnehmen möchte, größer, wie wenn ich jetzt an einem Stellplatz stehe, wo noch ein paar andere stehen, wo jeder vielleicht ein Auge drauf wirft. Letzten Endes geben es sein eigenes Risiko. Wir haben viele Kunden, die bauen sich Alarmanlagen ein, Sicherheitsschlösser. Ist ja eins drin sogar, habe ich gesehen. Also ist ein Sicherheitsschloss drin. Das kann man auch von innen verriegeln. Das heißt, die normalen Aufbautürschlösser sind, ich sage mal, relativ einfach zu knacken für Profis. So ein Sicherheitsschloss erhöht das nochmal, aber es ist kein Safe hier drin. Also man sollte immer wissen, also wo ich stehe, zum Beispiel Autobahnraststätten, das weiß mittlerweile jedes Kind, Frankreich, Spanien, Portugal, auf der Autobahnraststätte, am besten nicht übernachten. Das ist wirklich, also ich höre so viele Storys, die kommen und die können die so leise aufmachen, die Autos. Du hörst das nicht. Wahnsinn. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen naiv tatsächlich. Aber das machst du nur einmal. Ja, wahrscheinlich. morgens auf, du merkst das mal gar nicht, was passiert ist und die machen die so leise auf, weil viele sagen Gas. Nee, die machen die, die wissen genau, wie sie die zu öffnen haben und so weiter und so fort. Was auch eine miese Masche ist, die gehen unter das Auto drunter, die aktivieren was in deinem Auto, dann kommt der Pannendienst und sagt, hallo, haben sie eine Panne? Und dann wirst du eingeschleppt, musst 2000 Euro bezahlen. Also ganz, habe ich Filme, Leute interviewt. Also ich will da jetzt keine Angst machen, aber je mehr Camper kommen, gerade Neulinge, die sind oft. Es ist so, wie du sagst, es passiert und man darf das jetzt auch nicht kleinreden. Es ist vielleicht im Verhältnis zu dem, was an Campern mittlerweile unterwegs sind, möchte ich nicht sagen, dass es Einzelfälle sind. Es kommt vor, aber letzten Endes muss man sich immer noch auf seinen Menschenverstand und das Bauchgefühl verlassen. Ich stelle mich an den Stellplatz oder an den Campingplatz und spare vielleicht nicht am falschen Fleck. Natürlich kostet ein Stellplatz mehr wie jetzt eine Autobahnraststätte für eine Nacht, aber meiner Meinung nach sparen am falschen Fleck. Ja, man schläft auch besser. Ja, das ist Barth. Sollen wir das mal ausprobieren? Ja, gern. Machen wir, mein Gott. Denn auch der Fußboden, das ist so eine ganz tolle Optik. Helles Holz, das kam ja irgendwann mal Benedikt. Früher war es der Kirschholz, vor acht Jahren. Das war rotes Holz, schwer im Trend. Oder war das bei Hümer schon ganz? Das gibt es tatsächlich optional noch. Es wird aber sehr selten gewählt. Also wenn ein Kunde das möchte, wir können es gerne bestellen. Es wird aber in der Regel nicht so häufig bestellt, als dass man viele Fahrzeuge damit sehen würde. Oh, es gibt auch Licht. Es gibt auch Licht, genau. Das war richtig, genau. Schon gefunden. Und? Was macht die Dusche? Stell dir mal vor, jetzt zum Beispiel Rock am Ring, ist das die Veranstaltung bei dir in der Nähe oder ist das eher Stuttgart? Oh, das weiß ich gar nicht. Da war ich noch nicht. Weiß noch nicht. Da wo du kämpfst mit so einem Ding auf Rock am Ring, ist schon komfortabel. Auf jeden Fall der Chef gegenüber denen, die im Zelt schlafen. Ja. Die Frage ist, ob einer mit dir redet. 2 Stunden oder Stunde stehen. Das ist so. Darf man das unten drin lassen, das Rost? Den Rost kann man tatsächlich drin lassen. Du bist ja jetzt nicht ganz so groß. Ich bin jetzt mit meinen 1,85 so, dass ich jetzt den Rost rausnehmen müsste, um da drin vernünftig duschen zu können. Das ist dann auch so die Stehhöhe, die man da drin hat. Also knapp 1,90 Meter. Das funktioniert noch. Diejenigen, die größe sind, müssen den Rost rausnehmen und vielleicht den Kopf ein bisschen einziehen beim Duschen. Aber es funktioniert. Das Haare waschen, du wächst deine Haare nicht so oft, oder? Oder jeden Tag? Alle zwei Tage. Alle zwei Tage. Aber es gibt ja Frauen, die zum Beispiel nur mal die Haare waschen und so weiter. Im Waschbecken? Im Waschbecken geht nicht. Aber dafür kann man die Dusche ja einfach abnehmen, oder? Genau. Und wir haben ja noch die Außendusche. Die Außendusche auch noch. Das ist da. Größt ist okay. Du bist ja eigentlich wie groß bist du? 1,66. Kannst du mal rein, Benedikt? Du bist jetzt ein großes Exemplar vom Mann. Ja, du lass mal vorbei. Und wir lassen. So. Dann kann ich nämlich da hoch. Der typische Ringtausch. Genau. Ich lass den Rost jetzt mal drin, dass man das mal sieht, was ich gerade gesagt habe. Hier ist jetzt die Erhöhung. Da ist ein leichter Erhöhung ist drunter. So, an der Benedikt. Also ich bin jetzt mit meinem 1,85. Wie gesagt, ich stehe jetzt hier an der Zwangsentlüftung dran. Der Rost unten macht knappe 10 Zentimeter aus. Und die Schuhe auch noch mal drei. Genau. Und aus eigener Erfahrung, also ich bin auch sehr viel mit einem MLT 580 unterwegs. Ist auch mein persönliches Lieblingsfahrzeug. Wir haben auch einige davon in der Vermietung, sodass ich da immer die Möglichkeit habe, mir einen dann auch zu nehmen. Und wir haben halt hier, wenn das Ganze zu ist, natürlich schon immer die Thematik. Ich bin jetzt nicht der schlankeste. Ich mach mal zu. Der breite Steppe. Da müssen wir den Rost einmal rausnehmen dazu. Das ist gleichzeitig auch die Sicherung, gell? Das ist gleichzeitig die Sicherung, dass er während der Fahrt auch nicht hin und her rutscht, hin und her klappert. Okay. Ich kann das Rost aber auch zu Hause lassen, wenn ich keinen Bock habe, oder? Weil viele, die gehen zwar hin, benutzen die Dusche gar nicht, wenn sie am Platz stehen. Wenn ich regelmäßig drin dusche oder jeden Tag und auch noch die Größe habe, so wie ich, dann würde ich den Rost einfach zu Hause lassen. Dann geht er auch nicht den Weg rum. Jetzt kannst du fünf Stunden duschen mit heißem Wasser. Sag mal, wie lange hält das heiße Wasser? Zehn Minuten? Eine Person duschen, heiß duschen, drei bis vier Minuten funktioniert. Wenn dann die zweite Person duschen möchte, die sollte dann nochmal ein bisschen nachladen beziehungsweise noch ein bisschen warten, dass der Reuler nochmal warm wird. Also das hier ist für, ich sag mal, Leute, die jetzt 1,90 Meter sind, das ist schon grenzwertig, muss man sagen. Aber das kann man ja alles ausprobieren bei euch. Genau. Deswegen haben wir sie auch in der Vermietung. Das ist auch so ein Tipp von dir. Ruhig mal mieten. Genau. Also die Fahrzeuge ausprobieren, tun das viele? Sehr viele. Wir haben sehr viele Kunden, die kommen und sagen, ich möchte das erst mal testen und ausprobieren, ob das das Richtige ist. Du hast gerade vorher gefragt, was es kostet. Natürlich sind 1.400 Euro für eine Woche, aber 1.400 Euro, die gut investiert sind. Ich habe auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Ja, und zu dem Preis im Verhältnis dann. Und wenn ich feststelle, das ist nicht das richtige Fahrzeug für mich, dann hatte ich einen schönen Urlaub und habe aber nicht gleich 162.000 Euro ausgegeben. So ist es, ja. Deswegen testen. Bett. Also die Toilette haben wir eben noch gar nicht gezeigt. Da liegt das gerade das Rost drauf. Die probiere ich jetzt erstmal nicht aus. Es ist ja ein sehr kompaktes Fahrzeug. Länge hier, was haben wir? 6,98 Meter. 6,98 Meter. Er ist nämlich ganz so breit wie viele andere Fahrzeuge. Er hat eine Außenbreite von 2,22 Meter. 2,22 Meter, das heißt, du kommst überall durch. Du bist ja jetzt eine, ich sage mal, sehr moderne Frau mit vielen hängenden Kleidern. Also fährst du ja immer mit dem Ballkleid dann in Urlaub, oder? Ja, sowieso. Sowieso. Wo geht das? Wo kann man das aufhängen? Die Ballkleider, beziehungsweise Sakkos, die kommen dann hier rein. Oder der Smoking, den ja auch in der Regel sehr viele Camper immer. Der Smoking. Das heißt, also die meisten haben natürlich ganz normale Kleidung dabei. Hier würde man dann, ich sage mal, eine Kleidung mitnehmen. Eine Winterjacke geht da rein. Genau, wollte ich gerade sagen, die Winterjacke, wenn man die einpacken will, dann passt das. So, mach mal zu, bitte. Und ja, du musst dich leider mal aus Fett legen. Wir haben Folie drauf, deswegen brauchst du die Schuhe nicht ausziehen. Aber das Bett ist ja das Wichtigste. Hümerkunden sagen, sie schlafen viel besser. Genau, jetzt hat sie es intuitiv falsch gemacht. Sie hat es intuitiv falsch gemacht, das macht aber nichts. Weil der Hersteller nicht vorschreibt, wie man drin liegen muss. Okay. Normalerweise drehst du dich um 90 Grad und legst in Fahrtrichtung. Ach so. Da liegt aber jetzt so weit Zeug, deswegen hat es wahrscheinlich... Aha, okay. Ah, interessant, das mal zu sehen. Ja, dass du dich direkt mal quer... Geht aber auf alles, ne? Ja gut, du bist ja nur einen Meter... Ja, Meter 66 kann man so. Es ist nicht verboten, quer zu schlafen. Ist nicht. Aber es ist komfortabler. Ich schlafe oft quer, jetzt hat er keine Hubstützen hier drin. Das heißt, kann mal sein, ich bin mal nicht so groß, ich kann mich hinlegen, wie ich will. Ja. Ist auch nicht verboten. Es gibt ja keine Hinlege. Wenn man hier merkt, dass wir jetzt zu dritt in dem Fahrzeug drin sind, obwohl er keine Hubstützen hat, wackelt er kaum. Ja. Und für zwei Personen ist hier zum Schlafen Platz, oder könnte man das da vorne auch nochmal umbauen? Hier vorne kann man auch noch umbauen, zum Schlafplatz. Also da kommt dann der Tisch nach unten. Ja. Der Fahrersitz wird jetzt so wie er hier ist, entgegen der Fahrtrichtung gedreht. Und dann kann da vorne nochmal eine Person mit maximal 1,80 Meter liegen. Okay. Wir haben auch viele Kunden, die, gerade wenn sie ein kleines Kind noch haben oder wenn das Kind eben noch nicht so groß ist, dass es einen eigenen Schlafplatz bräuchte, können wir hier in der Mitte zumachen. Dann haben wir da hinten eine Liegefläche von 2 auf 2 Metern. Und es funktioniert bei einem Kleinkind bis zu einem bestimmten Alter auch sehr gut, dass man da hinten zu dritt liegen kann. Ja. 2 auf 2 Meter haben viele zu Hause nicht. Also das ist wirklich ein großes Bett. Ja. Genau. Ziehen wir gerade die Beine bitte ein. Ja. Dann zeigen wir mal, gerade hier vorne ist noch ein Kleiderschrank drunter. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Kamera ist leider heiß geworden. Ich muss sie gleich mal austauschen. Okay. Ich schiebe das ein. Aber wir sind schon weit gekommen, oder? Ja, wir haben schon einiges gesehen jetzt, ja. Und da vorne ist ein Kleiderschrank. Genau. Das ist mein persönlicher Favorite. Auch wenn ich jetzt nicht der bin, der ewig viel Klamotten mitnimmt. Aber ich bin ja auch glücklich verheiratet und habe eine Frau, die sehr gerne lieber zu viel als zu wenig mitnimmt. Und die ist sehr, sehr happy, wenn sie da unten ihre Sachen, T-Shirts, Hemden, Ballkleider, ja, ja. Liegt das auch? Das kann man legen. Man muss halt schauen, wenn man länger unterwegs ist. Ah, Licht. Licht. Ja, Licht haben wir auch. Ich hatte es gesehen. Liegt das auch. Es ist tatsächlich so, wenn man länger unterwegs ist, dann sollte man natürlich schon schauen, dass man da unten vielleicht mal rauswischt, wenn jetzt da unten irgendwelche schwarzen T-Shirts drin liegen, dass man da mal den Staub rauswischt. Aber man kann sich da jetzt auch, wir haben so verschiedene Fächer, die man da reinmachen kann oder Böden, die man dann nochmal dann aufdoppeln kann. Und dann kann ich mir hier das individuell einrichten. Kleiderstange ist mit dabei. Alles gut. So, der Schlafkomfort auch riesig. Das ist genial. Genial. Zeig mal die Teller bitte da drunter. Das sind überall so Teller nochmal. Genau. Dass du das auch unterlüftet hast, das Ganze. Dann federn die auch nochmal ordentlich. Komm, wir gehen mal schnell raus. Ich habe hier vorne übrigens noch einen Vorhang. Kannst du zumachen, wie in der First Class. Kannst du euch dann abschließen. Aber ich muss sagen, Benedikt, wir haben ja schon viele MLTs gefilmt. Den 23er ganz neu. Schnell raus. Dass wir das haben, machen wir noch die Abmoderation. Zeigen noch den Preis. Wenn man möchte. Ja, Fahrt nach Sulze muss zum Freistart. Ganz wichtig. Ich freue mich auf euch. Macht das auf jeden Fall. Und ja, nehmt 161.900 Euro mit. Ganz wichtig ist, wenn ich das jetzt kaufe, das Fahrzeug. Ihr seid ja jetzt vertrauenswürdig. Ja. Ich kriege eine Rechnung. Ich weise euch dann einen Teil an. Oder weise ich alles an. Kriege dann den Brief zugeschickt. Lass es zu. Wie läuft das? Wenn du jetzt das Fahrzeug bestellst. Du hast es ganz gut gefilmt. Wir haben eine Lieferung circa Q2 2023. Wir wollen eine Anzahlung haben in Höhe von 10 Prozent vom Kaufpreis. Den Rest dann bei Übergabe. Wenn es gut läuft, kommt das Fahrzeug ein bisschen früher. Wenn es nicht gut läuft, kommt es in Q2. Das ist relativ sicher. Und ja. Also 16.190 Euro würdest du anbezahlen? Hast du dabei? War auf die Kralle. Wir nehmen auch Kreditkarten. 15. Juni 2022. Ich muss die Kamera wechseln. Sie ist heiß geworden. Der Hümer MLT 2023. 4x4 auf Mercedes-Benz. 190 PS mit Benedikt Schmidt. DT? Nur Ida, nur Dora. Ja, nur Dora. Komm, ich zeig es mal gerade da vorne. Das sind deine Daten. Und kauft, wenn ihr es kauft, unbedingt beim Benedikt. Aber du hast noch viele Kollegen, muss man sagen. Ich habe viele Kollegen. Mein Team ist groß. Wenn ich keine Zeit habe... Ist der Chef dann quasi, der Verkaufsleiter? Ich bin der Verkaufsleiter, genau. Und wenn ich keine Zeit habe, dann einer meiner Kollegen. Hat es dir gefallen. Hat er gut erklärt. Auf jeden Fall. Ich habe alles super verstanden. Danke. Tschüss euch allen. Bis zum nächsten Mal. Abenteuer Allrad in Bad Kissingen.